Ja, wir sind jetzt Daydreamer, dritter Drehblock mittlerweile, erster Tag Samstag, heute kommt die fette Explosion genau da. Und, bitte! Bitte los! Mit zwei Wochen schauen, wir haben sich geprobt mit der Darstellung, eine Kampfchoreografie, großes Finale. Ja, genau, dann drifft er ihn. Dann eins, genau, dann rechts, nochmal links und dann mit dem rechten Ellbogen das Gewert und du befreist dich zurück, du kommst in den Himmel. Das verpasst du in der blutigen Nase und dann verpasst er in der gebrochene. Bitte los! Bereit? Und bitte los! Du bist hier. Ha! Untertitelung des ZDF, 2020